Ja, davon werde ich nichts anfassen. Zurecht. Ach, warte mal, da war ja noch eine Tür. Kleinen Moment. Ach, so ist das gemeint. Raum 2C, 2D. Ah, okay. Jetzt kapiere ich das erst. Ah ja, okay. Hier gibt es nichts. Von, von wo sind wir denn jetzt gerade gekommen? Raum 2D? Okay. Ah ja. So in diese ganzen Puppen hier. Ja, wenn man halt sonst keine Patienten mehr hat, dann füllt man das ganze Krankenhaus einfach mit so Schaufensterpuppen. Muss ja belebt aussehen. Nichts Ungewöhnliches. Nein, absolut nicht. Hier ist nichts ungewöhnlich. Hm, okay. Sieht aus wie ein Richterblock. Das passt nicht. Warum denn nicht? Ach so, Quatsch. Hier. Und du? Ähm. Jetzt müssen wir, äh... Ach man, oh. Ach so, wir hätten es lesen müssen. Ja, klar. Ja, wir müssen es erstmal lesen. Aber eins fehlt noch, oder? Ich glaube, eins fehlt uns noch. Vorher können wir das wahrscheinlich gar nicht lösen. Wir machen es aber trotzdem schon mal. Wir schieben es schon mal in die richtige Richtung. Na? Wo ging es? Äh... Liebe Schafe. Stimme. Also erst der Mund. Ich... Ich hole mir mal wieder meinen vollgekritzelten Notizblock. Also es ist nicht so, dass ich, ähm, unglaublich viele Gedanken hätte. Aber ich bin immer sehr unspaßam und schreibe auf jede Seite gefühlt immer nur ein Wort. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich aus der Hektik. Beste Stimme. Also Mund. Affe hält sich den Mund so. War hypnotisiert. Ich weiß nicht. Vielleicht das Auge. Schreibt über den Kopf. Muss ich nicht ohren. So vielleicht. Ach, keine Ahnung. Nochmal der Mund vielleicht? Ins Genick des Unschuldigen. Ach, keine Ahnung. Ach, das ist immer so kryptisch. Weiß ich nicht. Hab ich nochmal das Ohr? Huch. Achso, das packen wir da mal rein. Also eins fehlt uns ja offensichtlich noch. Uff. Äh, okay. Mund. Ähm. So hier ist er auf jeden Fall tot. So viel dazu. Ach, hier gibt es ja auch gar keinen weiteren Knopf. So hier hat die Mutter sich was. Weiß nicht. Fisiert. Ich hab keine Ahnung, wo der Unterschied zwischen... Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen... Ähm... Dem und dem ist, um ehrlich zu sein. Fester Stimme... Fingerspitze... Blitten über die Unebenheiten. Finger. Finger, keine Ahnung. Zuckende Lippen. Hypnotisiert. Keine Ahnung, was das heißt. Äh, schrieb... Also sie schreibt... Und hebt es über ihren Kopf. Schreiben. Das Opfer... Ja, ist dann halt... Kopf ab, ne? So. Ähm... Ich weiß halt nicht, ob uns da vielleicht noch irgendwas fehlt. Ähm... So vielleicht. So, so und so. Und dann? Und dann müssen wir mit dem Hammer da draufschlagen. Weil der Hammer und so. Schützen. Okay, das war offensichtlich nicht richtig. Ähm... Ich weiß es tatsächlich nicht. Warum ist das denn jetzt verschoben? Ich hab keine Ahnung. So vielleicht. Oh! Keine Ahnung, aber warum stellt sich das hier immer auf den, äh... Enthaupteten zurück? Das müsste doch das Endstück sein, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. So oft ausprobiert. Ich hab jetzt... Okay, Gott sei Dank. Ich hab jetzt wirklich alles mögliche ausprobiert. Ein gebaute Klammerpistole. Kraft ist einstellbar. Ha? Klammerpistole. Wofür? Können wir dann... Können wir damit den Arm dann wieder antackern? Oder wie ist das gemeint? Klammerpistole. Na ja, schauen wir mal. Können wir die nochmal untersuchen? Brauchen wir da eventuell noch, ähm, Klammern? Oder sind die da schon drin? Diese Rätsel sind aber manchmal echt ganz schön knackig. Kann man ja mal so sagen. Knackige, knackige Rätsel. Okay, da können wir... In 2A können wir nicht rein. Ich weiß nicht. Brauchen wir jetzt Klammern dafür? Oder können wir das einfach so festtackern? Schauen wir mal. Ich würd sagen, wir lassen uns überraschen. Hallo, lieber Priester. Wir haben Klammern und weißen Bastelkleber. Wir bauen dir jetzt einen neuen Arm. Ich hab ne Tiefkühltruhe gefunden. Ich mach dich wieder hübsch. So, wo war das denn? Ich will gar nicht mehr in diesen Raum. Ich hab auch schon voll lange nicht mehr gespeichert. Fällt mir gerade so ein. So. Keine Ahnung. Also, das für dich. Bitteschön. Und können wir das dann festtackern? Ah, ja. Die Klammerpistole hat zu wenig Kraft. Oh, Entschuldigung. Äh, wir könnten das ja einstellen. So, jetzt hat sie ordentlich Power. Jawoll. Und? Wieder gut? Schön. Dann gehen wir mal zu Beatty. Ich glaube zumindest, dass es Bertram ist. Wehe, du hast kein Geschenk für uns. Und? Alles wieder gut? Vater, bist du okay? Wer hat das deiner Softshear-Jacke angetan? Caroline, mein Kind. That thing has stolen my Bible. Stay there, Father. Right now it's vital that you keep calm. Yes, you're right. I don't know how I'll be able to thank you for taking care of my arm, my child. What are you talking about, Father? It wasn't me. But I saw you. Oh, you are right. I'm getting confused. Now that I think about it, it was Dr. William who treated my arm. Aha. Dr. William, the Wildberger Twins father. Is he in the mansion? Ich hoffe nicht. I had no idea, Dr. William had daughters. Where can I find him? He's usually in his office. You'll probably find him there. I'll go find him. He might be able to give me some answers. Oh, okay. Da hat er keine Audio mehr. God be with you, child. Ja. Eine elektrische... Ja! Eine elektrische Lampe! Dankeschön! Danke! Danke! Damit werde ich dich jetzt belästigen. Okay. Und jetzt? Untersuchen. Und nur, wie kriegen wir die an uns dran? Wie können wir die mit unserem Körper verbinden? Mit mir? Oder mit einer Waffe vielleicht? Ach, wir haben die automatisch. Oh, das ist so super. Sinner hat mich direkt an Silent Hill. Dankeschön. Jetzt können wir auch das Vieh töten, was da in dem Keller saß. Juhu, wir haben eine Taschenlampe. Jetzt kann uns bestimmt niemand mehr irgendwas Böses. Du bleibst da sitzen, ne? Ich hab ein bisschen Angst vor dir. Ich will auch gar nicht wissen, was in dem Sarg drin ist. Wo war es denn? Wo bist du? Da bist du. No, ich hab mich schon so auf dich gefreut. Der Arme. Da komm. So ein bisschen traurig ist es schon, aber naja. Nein! Es war keine Einladung. Okay. Ich hätte auch gern diese schmieke Waffe, die oben rumlungert. Wie komm ich da ran? So. Ganz schnell nachladen. Aber wir haben aber auch nicht mehr viel. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Was zum Geier? Was zum Geier? Was zum Geier? Ich frage lieber gar nicht nach. Eigentlich würde ich es gar nicht so genau wissen. Sieht super bequem aus. Hätte ich auch gern. Was haben wir hier? Hier haben wir noch eine Tür. Diese ekelhafte Soundkulisse. Hier kriegen wir nichts raus. Okay. Dann können wir oben uns jetzt bestimmt die Waffe holen. Ich bin so froh, dass das Michelin-Männchen nicht aufgetaucht ist. Guck mal, ich hab ne Taschenappe. Das wär schön, wenn wir die noch so an- und ausschalten könnten. Um ihn so ein bisschen zu mobben. Wo war das denn? Hier in 2C? Oder auch nicht? Wo war das denn nochmal? Da waren wir. Da waren wir. Hier einfach drüber latschen. Hier waren wir auch gerade. Wo war das denn nochmal? Da kommen wir gar nicht weiter. Wo war denn diese Superwaffe? Äh. Hallo? Ich glaub auf der anderen Seite. Ich weiß es grad gar nicht mehr. Ah ja, hier war das. Und jetzt ist es auch geöffnet. Oh, 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 wow. Eine selbstgemachte Stichwaffe, die jemanden einen elektrischen Schlag verpassen kann. Das klingt gar nicht soziopathisch. Nehme ich aber dankend an. Oh ja. Oh ja, danke. Danke, danke. Ah ja, da können wir nicht durch. Gut. Juhu. Oh, ich freu mich. Ich hoffe, die macht ordentlich Schaden. Ich weiß aber nicht, ob ich mir die vielleicht besser aufhebe. In seinem Büro ist der Herr Gute, Dr. Wildberger. Ich würde sagen, wir schauen uns aber erst mal in Ruhe die anderen Türen an. Noch ein paar Rätsel lösen. Vor wir dem Psychodoktor entgegentreten. Ich weiß ja nicht, wie der auf uns gestimmt ist. Ich weiß ja nicht mal, in welcher Relation wir zu ihm stehen. Aber wir können ja noch mal speichern. Wir haben ja schon lange nicht mehr gespeichert. So. Haben wir auch noch ein Band. Äh, wo speichern wir mal hier drüber? Und hat die Bibel geklaut. Ja, das machen wir auch. Aber wir gehen, wie gesagt, erst mal zu den anderen Türen. Da konnten wir jetzt nicht mehr, oder? Haben wir ja jetzt geblockt. Oder doch? Nein, warte. Doch. Egal. Jetzt ist es zu spät. Jetzt gehen wir hier lang. Nein, was machst du? Eee. Hör. Komm doch mal her. Ach, der kommt da nicht durch. Alter. Okay. Gar nicht brutal. Ah, wie der mit seinem Arsch immer aufsteht. Wie seid ihr überhaupt hier hochgekommen? Ich toleriere so ein Verhalten in der Lobby nicht. Gehen wir erst mal zu Morphini. Hallo? Ich werde nicht mit dir interagieren. Okay, ähm. Ja. Ja. Ah. Aha. Ja. Also hier, das ist der Stern auf jeden Fall. Das ist Dreieck und das ist Viereck, oder? Das macht doch Sinn, oder? Das wäre lustig, wenn das jetzt stimmen würde. Also Viereck, Dreieck, Stern. Das probiere ich einfach mal. Dankeschön. Ja. its Blacht zidige. Israelandro człowiek. Imganta vom Land pasaologin. Das verm clicked. Av dasâr ah. Ja.